Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer zu Hause. Herzlich willkommen hier am Runden Tisch. Heute geht es hier bei uns um unsere Zweitsprache, um den Italienischunterricht. Wir alle haben den Italienischunterricht genossen. Bei den einen ist mehr hängig geblieben, bei den anderen weniger und bei vielen leider viel zu wenig. Das sagen die Eltern der heutigen Schüler. Sie sagen, nach 13 Jahren Italienischunterricht müsste eigentlich ein bisschen mehr drin sein, müssten unsere Schüler ein besseres und schöneres Italienisch sprechen. Das hat auch eine Studie des Landesbeirates der Eltern ergeben. Darin sprechen sich 77 Prozent der befragten Eltern für einen verbesserten Italienischunterricht aus. Wie viel Zweitsprache soll es denn sein? Darf es denn sein? Muss es denn sein an unseren deutschsprachigen Schulen? Dieser Frage gehen wir heute nach und zwar am Runden Tisch mit diesen Gästen. Florian Peer, Vater und Vorstandsmitglied des Landesbeirats der Eltern. Er sagt, mehr als 83 Prozent der Eltern von Oberschülern wünschen sich laut Studie des Landesbeirats eine stärkere Berücksichtigung der italienischen Sprache. Was nun? Viktoria Magurano besucht die fünfte Klasse des Sprachengymnasiums Walter von der Vogelweide in Bozen. Sie fordert weniger Frontalunterricht, mehr Interaktion und Austausch mit Schülern der anderen Sprache, um einen lebendigen und greifbaren Bezug zur Zweitsprache herzustellen. Schullandesrat Philipp Achammer, er nimmt heute zur Umfrage des Landesbeirats der Elternstellung und meint, in der Weiterentwicklung des Sprachunterrichts zuerst über die Qualität, dann über die Quantität reden. Jamie Green, 21 Jahre alt, aus England und derzeit Sprachassistent an Pritzner Vincentino. Er sagt, Mehrsprachigkeit ist ein grosser Vorteil und die Südtiroler sollten stolz auf ihre Sprachen sein. Margaret Luhn ist Kulturreferentin des Südtiroler Schützenbundes und zugleich Lehrerin für literarische Fächer an der Mittelschule. Sie sagt, dass die Anzahl der Italienischstunden an der Schule leicht ausreitet. Gearbeitet werden müssen an der Qualität des Zweitsprachenunterrichts. Auch Sie, liebe Zuschauer, sind herzlich eingeladen mitzudiskutieren. Schreiben Sie uns denn, was Sie denken, wie viel Zweitsprache braucht es denn an unseren Schulen. Sie erreichen uns über Facebook, am Rai-Süd-Tirol-Forum heißt die Facebook-Seite Twitter, at am Runden-Tisch und über E-Mail. Am Runden-Tisch, at Rai.it heißt die E-Mail-Adresse. Ihre Ansprechperson ist mein Kollege Siegfried Kollmann. Er wird Ihre Fragen dann an die Runde weiterleiten. So, nun aber zum eigentlichen Thema. Die Eltern sprechen sich für mehr, für verbesserten Italienischunterricht aus. Jetzt sind Eltern und Schüler nicht immer einer Meinung. Was sagen Sie denn? Braucht man einen verbesserten Italienischunterricht? Braucht man mehr Italienischunterricht? Ich denke nicht, dass wir mehr Italienischunterricht brauchen, also nicht mehr Unterrichtsstunden, da es meiner Meinung nach auf die Qualität des Unterrichts ankommt und die Umsetzung der Sprachvermittlung. Und vielleicht sollte man den Italienischunterricht auch mehr in Richtung einer Fremdsprache ausbauen und so auch unterrichten. Italienisch wird ja in unseren Schulen als eine Zweitsprache gelehrt und unterrichtet. Und das bringt auch gewisse Voraussetzungen mit sich. Und ich habe auch selber miterlebt, dass besonders in den ersten zwei Oberschuljahren dieser Sprung für viele eben als besonders schwierig empfunden wird. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass vielleicht in den ländlichen Gebieten wenig Kontakt zur italienischen Kulturwelt herrscht. Und viele dann die italienische Sprache mehr als eine Fremdsprache erleben, als eine Zweitsprache und sich da eben schwer tun. Und Sie sagen, da muss was getan werden. Ja, deutlich. Jetzt zu Ihnen, Herr Bär, Sie sind Vorstandsmitglied des Landesbeirates der Eltern. Was machen wir denn jetzt ganz konkret mit dieser Umfrage? Es gibt ein Ergebnis, aber dieses Ergebnis sollte dann ja auch zu einem Ziel führen. Was machen wir denn? Was ist denn jetzt die Forderung dieses Landesbeirates? Zunächst muss man sagen, dass die Umfrage mal sehr wichtig war für den Landesbeirat an sich. Weil man ist Landesbeirat, man ist delegiert, weiß aber nicht unbedingt, was ist die Meinung der Eltern. Und das war für uns sehr wichtig, dass man einmal wirklich fragt, was ist die Meinung der Eltern. Aber die Meinung steht jetzt fest. Wie schauen nun die konkreten Schritte aus? Was wird denn die Forderung sein? Mehr Immersionsunterricht, mehr CLIL-Unterricht? Wie sieht denn die Forderung aus? Also die Forderung ist sicher nicht, dass wir jetzt sagen, jetzt ist die Umfrage, hier sind die Forderungen. Sondern die Umfrage definiert, was wir im LB überhaupt bereden möchten. Das heißt, jetzt gehen wir zurück an die Basis, gehen zu den einzelnen Delegierten in die Bezirksversammlung und dann Vorschläge zu erarbeiten, was man am besten machen kann. Also für uns war es wichtig, einmal zu wissen, das ist die Meinung. Die Meinung der Eltern war jetzt nicht nur in Bezug auf Italienisch, sondern auf viele andere Fragen auch. Das ist ja eine Frage, die herausgenommen wurde für das heutige Thema. Und in der Frage war jetzt die Meinung der Eltern doch relativ klarer sichtlicher. Also Sie wollen sicherlich auch mit dem Schullandesrat, mit Herrn Achammer sprechen. Was werden Sie mit diesem Ergebnis tun, Herr Achammer? Es zeigt doch auf, dass die Eltern unzufrieden sind, dass sie eine Generalüberholung des italienischen Unterrichts sich auch wünschen. Naja, ich würde sagen, das ist eine Grundsatzfrage. Die öffentliche Diskussion ist manches Mal ein bisschen zu simpel. Wir verkürzen eigentlich alles auf die Frage, ist mehr besser oder ist umso früher umso besser? Und beides greift meines Erachtens deutlich zu kurz. Für mich ist das Erste und das Wichtigste, und das haben wir bei sämtlichen Erhebungen, die im Sprachbereich gemacht worden sind, ob es die Kalypse-Studie der EURAC war, ob es die Lernstandserhebungen in den verschiedenen Schulstufen waren, eines ganz, ganz wesentlich gemerkt, was im Übrigen auch die Sprachdidaktik sagt, die Motivation ist ganz wesentlich und ausschlaggebend für das Sprachlernen. Und es gibt eine sogenannte extrinsische oder intrinsische Motivation, was heißt, die extrinsische sagt, ich lerne nur zu einem Zweck oder einem Ziel hin, oder die intrinsische sagt, bin ich wirklich davon überzeugt, dass mir das einen Vorteil bringt. Und ich behaupte... Und Sie glauben es aber an der Motivation. Ganz, ganz, ganz sicher. Ich behaupte, dass Mehrsprachigkeit als Reichtum, und das müssen wir uns trauen, auch auszusprechen, in der öffentlichen Diskussion, die politisch-ideologisch viel zu stark behaftet ist, müssen wir uns endlich trauen, zu sagen, dass Mehrsprachigkeit ein wirklicher Reichtum ist, ein Reichtum als persönliche Qualifikation, ein Reichtum für unseren Standard, Standort und ganz wesentlich auch in Zukunft auch für als kultureller und wirtschaftlicher Brückenkopf, da haben wir ein unglaubliches Potenzial. Ich glaube, im Wesentlichen ist zu beginnen, dort an der Motivation, an der Sensibilität für Mehrsprachigkeit wirklich zu arbeiten, ohne gleich damit die Diskussion zu verbinden, verliere ich etwas von meiner Muttersprache, von meiner Kultur, das ist eine andere Diskussion. Aber zu sagen, Mehrsprachigkeit ist Reichtum, das wäre der Ausgangspunkt und da verändern sich und verbessern sich die Ergebnisse schon ganz wesentlich und dann stimme ich vollkommen überein, was wir gesagt haben, dass wir wesentlich in der Qualität zuerst ansetzen müssen, führen wir nicht nur bitte eine quantitative Diskussion, sondern eine qualitative Diskussion. Da gibt es einiges zu tun, da gibt es einige auch mutige Schritte, die in den vergangenen Jahren gemacht worden sind, die zu etwas führen werden. Und mir ist es auch wichtig, da sage ich als letztes, dass wir ein bisschen mehr auch sprachwissenschaftlich, ich tausche mich sehr häufig auch mit Sprachwissenschaftlern aus, diskutieren, nicht nur eine sehr stark politisch behaftete Diskussion führen. Aber Herr Aachemann, das ist schon eine sehr, ja, sehr deutliche Aussage. In den 70er, 80er Jahren war ja das SVP-Motor noch, je klarer wir trennen, desto besser verstehen wir uns. Sie sagen jetzt, wir müssen einfach näher zusammenrücken, damit auch diese Motivation stärker gegeben ist. Das mit Sicherheit Begegnung, schafft Verständnis, schafft mehr, einen Mehrwert, auch in der sprachlichen Anwendung ganz konkret. Aber ich würde wirklich um eines bitten, dass wir nicht dann immer sofort die Diskussion führen, was heißt das jetzt? Ist jetzt der muttersprachliche Unterricht weg? Ist jetzt Artikel 19 weg? Darüber würde ich gar nicht reden. Für mich besteht Artikel 19 selbstverständlich, der muttersprachliche Unterricht selbstverständlich. Aber getrauen wir uns doch endlich zu sagen, Mehrsprachigkeit ist Reichtum. Gehen wir damit um und setzen wir die entsprechenden Schritte. In der Qualität, in der Begegnung, im Austausch, dann entwickelt sich Mehrsprachigkeit. Frau Lohn, können Sie da noch beipflichten oder haben Sie bereits schon ein wenig Bauchschmerzen? Habe ich. Ich muss Ihnen natürlich bei einigen widersprechen, Herr Landesrat. Und zwar habe ich mir jetzt in letzter Zeit genauer die Studien angeschaut, wie es mit der Sprachkompetenz steht. Allgemein ist bekannt, dass die italienischen Kenntnisse bei den deutschen Schülern höher sind als die Deutschkenntnisse bei den italienischen Schulen. Das beweisen dann auch die Kolipsi-Studie, BISA-Studie und einige andere Untersuchungen, die gemacht worden sind. Allerdings kann man diese beiden Diskussionen nicht getrennt sehen. Denn sobald wir uns auf Projekte oder so Sprachexperimente wie CLIL einlassen, ist automatisch der Unterricht in der Muttersprache gekürzt. Man kann das nicht schönreden, weil ich habe gerade mit der Schülerin, die heute unter uns ist, darüber gesprochen. Es werden Stunden in Chemie, in anderen Fächern auf Italienisch gehalten. Also hier wird Italienisch gelehrt von deutschsprachigen Lehren, was schon etwas schwammig ist. Allerdings, was mir hier nicht gefällt, sind einige Sachen. Erstens, ich bin überzeugt, dass lernschwächere Schüler, zum Beispiel in Mathematik, hier stark benachteiligt sind. Frau Luhn, darf ich kurz unterbrechen? Über CLIL sprechen wir noch ausführlicher. Mir würde es einfach am Anfang darum gehen, was ist denn jetzt Ihre Forderung? Sie sagen, wir brauchen nicht mehr Italienisch-Unterricht, sondern wir müssen an der Qualität arbeiten. Aber wie wollen Sie das erreichen? Vor allem vielleicht auch in Tälern, wo die Schüler gar nicht so viele Möglichkeiten haben, Italienisch außerhalb von der Schule zu sprechen. Warum bräuchte es da nicht auch einen intensiveren Austausch in der Schule? Ich kann vollkommen die Eltern verstehen, die unzufrieden sind mit ihren Kindern, mit ihren eigenen Kindern, wenn sie nicht gut Italienisch sprechen. Und ich habe drei Kinder, von denen zwei bereits Italienisch-Unterricht haben. Und ich sehe da große Unterschiede. Der Sohn, der eine ausgezeichnete Italienisch-Lehrerin hatte in der Grundschule, jetzt eine sehr gute Italienisch-Lehrerin in der Oberschule, der spricht ganz gut Italienisch. Italienisch hat auch eine neun bekommen. Die Tochter hat in der vierten Klasse schon eine fünfte Italienisch-Lehrerin, spricht nicht so gut. Meine Forderung ist, die Italienischstunden gut zu nutzen und da ist sehr viel zu überdenken vom Lehrplan, von der Didaktik. Wir werden später sicher noch darüber sprechen. Und dass man unbedingt schaut, weniger Wechsel zu haben in den Schulen und dass auch die Eltern Eigenverantwortung übernehmen und schauen, wie kann ich mein eigenes Kind fördern. Denn wenn ich mein Kind in Sport fördern möchte, verlange ich auch nicht, dass plötzlich in der Schule zehn Stunden Sport gemacht werden, sondern da muss ich mich darum kümmern. Herr Rachmer, Sie haben bereits... Ja, mir ist nur wichtig eines festzustellen. Wenn ich in der eigenen Sprache, Kultur, Tradition, in den eigenen Werten gefestigt bin, dann verliere ich nichts, wenn ich jemandem anderen begegne und mit diesem eine andere Sprache spreche. Wir wissen heute, dass die Situation in den Landgemeinden sehr häufig ist. Es ist leider, dass zum Teil überhaupt kein Italienisch mehr dort gesprochen wird. Früher vielleicht war noch die Familie da vom Polizeibeamten und vom Bahnbeamten oder von der Post war noch ein bisschen italienischen Austausch hatte man. Jetzt ist zum Teil sehr, sehr wenig da. Sind, seien wir ganz offen. Und zum Zweiten, ich erlebe schon ja auch in der öffentlichen Diskussion, ich mache wirklich ein konkretes Beispiel, das mich an und für sich schockiert hat. Vor kurzem haben sich die drei Landesjugendbeiräte der Deutschen Italienischen und Tardinischen Sprachgruppe zu einer gemeinsamen Sitzung getroffen und ich würde als Landesrat dafür kritisiert, dass ich eine Vermischung oder Verwässerung betreiben würde. Jetzt frage ich mich schon, wenn sich 17- oder 18-jährige Jugendliche treffen und auch eine andere Sprache sprechen, anwenden, sich begegnen, Verständnis schaffen, wo ist dann Vermischung und Verwässerung? Noch einmal, wenn ich selber gefestigt bin in meiner Muttersprache, in meiner Kultur, dann verliere ich überhaupt nichts, wenn ich eine zweite Sprache gut erlerne. Und nicht dann immer, das ist mir auch wichtig, in der öffentlichen Diskussion, heute waren wir noch nicht so weit, aber dann wird immer davon gesprochen, ja jetzt will man alles hinschmeißen oder alles aufgeben. Darum geht es nicht. Aber ein bisschen entideologisieren, ein bisschen einen ungezwungenen Zugang, eine Begegnung, das würde ich mir wünschen. Bevor wir jetzt ganz in die heiße Diskussion gehen, möchte ich noch ganz herzlich Herrn Green begrüßen. Sie sind Engländer, haben vor zwei Jahren gar nicht gewusst, dass es Südtirol gibt und nun leben und arbeiten sich hier und sind zufälligerweise eigentlich auf Südtirol gekommen, als Aufenthaltsort. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie nach Südtirol gekommen sind und wie zweisprachig erleben Sie denn dieses Land? Also okay, ich studiere Deutsch und Italienisch an der Uni in England, deswegen habe ich einen Ort gesucht, wo ich beide Sprachen üben konnte. Und ja, wie Sie schon gesagt haben, also vor zweieinhalb Jahren, muss ich zugeben, hatte ich nie von Südtirol gehört und dann hat ein Freund mir von Südtirol erzählt und dann bin ich im Internet auf Brixen und dann auf das Vincentinum gestoßen. Dann habe ich so eine E-Mail an dem Direktor verfasst. Ich habe eigentlich mit einem Antwort nicht gerechnet, aber dann, das hat alles super geklappt und ich bin hierher gekommen, um mein Auslandsjahr zu machen. Sie sind jetzt Sprachassistent am Vincentinum, leben in Brixen, aber wie zweisprachig erleben Sie denn dieses Land, das sich immer als mehrsprachig rühmt? Ja, also das ist eine schwierige Frage. Ich kann nur von meiner Erfahrung reden, aber ich bin eigentlich nie auf Probleme gestoßen wegen der Zweisprachigkeit. Ich habe gefunden, dass jeder bereit ist, beide Sprachen zu sprechen und ja, das Vincentinum ist natürlich eine deutschsprachige Schule, aber ich besuche auch ab und zu Italienestunden und darum finde ich, dass die Mehrsprachigkeit nur von Vorteil ist. Also Sie sagen, Südtirol ist schon ziemlich mehrsprachig, das sind jetzt lobende Worte. Wir werden dann hören, dass es nicht immer so ist. Wir haben auch einen Personalberater kontaktiert, der den Arbeitsmarkt besser kennt und sagt, Angebot und Nachfrage treffen sich da nicht immer. Bevor wir jetzt eben aber über CLIL, zweisprachige Schulen und über einen verbesserten Italienisch Unterricht sprechen, möchte ich wissen, ob es bereits Zuschauerfragen gibt, Siegfried. Gibt es bereits Kommentare, Meinungen? Ja, Fragen noch nicht, Kommentare sind allerdings eingegangen, zum Beispiel einer von Tini Mantinger. Sie schreibt, wir brauchen nicht noch mehr Italienisch Unterricht, sondern modernen Italienisch Unterricht. Und zwar, und das sieht sie, glaube ich, ähnlich wie vorhin Frau Magorano gesagt hat, Italienisch als Fremdsprache. Sie meint da, es funktionierte nicht gut, wenn muttersprachliche Italiener Italienisch unterrichten, sondern es müssten kompetente Fremdsprachenlehrer sein, die eben sich bewusst sind, dass das für die Schüler auch eine Fremdsprache ist. Ein anderer Kommentar noch von Christian Bär, der sagt, als Vater von drei Kindern wünsche ich mir, dass die Kinder in der Schule besser Italienisch und übrigens auch besser Englisch lernen dürfen als unser einer. Wir sollten den nachfolgenden Generationen diese wertvolle Chance einer Zwei- und Dreisprachigkeit nicht verwehren aufgrund von alten Ängsten und Gesetzen. Das zunächst einmal zwei Meinungen. Liebe Zuseher, schreiben Sie uns Ihre Meinung. Stellen Sie auch Fragen an die Studiogäste, an unsere Adressen. Es geht über Facebook, über Twitter oder auch eben über E-Mail, zum Beispiel an die Adresse rundertisch.reih.it. Vielen Dank, Siegfried. Wie gesagt, wir haben einen Personalberater kontaktiert und gefragt, wie denn die Situation auf dem Arbeitsmarkt aussieht. Und er meinte, da hapert es schon noch so ziemlich mit der Zweisprachigkeit. Er sagt, Angebot und Nachfrage treffen sich nicht immer, aber hören wir rein, sehen wir selbst rein, was er sagt. Hannes Mayer ist Personalvermittler. Bis zu 400 Personen vermittelt er jährlich in mittlere und höhere Berufe. Das sind zum Beispiel Buchhalter, Verkaufsleiter und Geschäftsführer. Ein Drittel mehr könnten es sein, wenn in der deutschen und in der italienischen Volksgruppe die Kenntnisse der jeweils anderen Sprache besser wären. Der Arbeitsmarkt in Südtirol verlangt das. Wenn man heute den typischen Südtiroler Betrieb anschaut, das ist jetzt logisch für Südtiroler Verhältnisse, ein mittlerer Betrieb, der kann sich nicht leisten, eine Person für einen bestimmten Markt einzustellen. Das geht sich von den Kosten her nicht aus. Deshalb muss ich Personen einstellen, welche in der Lage sind, gleichzeitig mehrere Märkte zu bedienen oder mehrere Märkte zu betreuen. Das heißt, ich stelle jemanden ein, der aufgrund seiner Mehrsprachigkeit sowohl einen italienischen Kunden gleich wie einen deutschsprachigen Kunden bedienen kann. Laut Mayer fehlt es an der Einstellung und der Bereitschaft, Sprachkenntnisse als Wettbewerbsvorteil zu erkennen. In letzter Zeit hat sich die Situation aber gebessert. Die Krise zwingt zur Zweisprachigkeit und das mehrsprachige Angebot der Uni Bozen zeigt Wirkung. Es geht um die Möglichkeit, die Sprache nicht nur passiv zu konsumieren, sondern aktisch zu konsumieren. Das heißt, dass man die Möglichkeit hat, einfach zu sprechen. Und das ist eigentlich das, was auch in die Schulen oder in die Ausbildungsstätten gefördert werden soll. Das Aktive, das Kommunizieren, der Austausch. Noch schwieriger als ein zweisprachiger Geschäftsführer ist freilich ein zweisprachiger Magazinieur zu finden. Außerdem fischen im Südtiroler Arbeitsmarkt auch österreichische und deutsche Firmen, die Geschäfte in Italien machen wollen. Und italienische Firmen mit Geschäftsinteressen nördlich der Alpen. Eigentlich gute Möglichkeiten, die sich da Südtirols Jugend bieten. Ich finde, dass man die Kenntnis der paar Landessprachen einfach als Chance betrachten muss. Als Chance, beruflich besser durchstarten zu können. Und wir haben da in Südtirol die besten Voraussetzungen. Kein anderes Land hat die Möglichkeit oder bietet die Möglichkeit, schon mit zwei Sprachen aufzuwachsen. Man muss einfach die Möglichkeiten aus meiner Sicht besser nutzen. Zweisprachigkeit nicht nur als Muss, sondern als Chance sehen. Für die Wirtschaft im Land besteht daran kein Zweifel. Die Krise, die zu Zweisprachigkeit zwingt. Ein Satz, der uns eigentlich zum Nachdenken anregen sollte. Herr Beer, wie fühlt man sich da als Vater? Ich spreche Sie jetzt nicht als Vorstandsmitglied des Landesbeirates an, sondern als Vater. Das sind doch nicht besonders gute Voraussetzungen für eine Verbesserung des Zweitsprachenunterrichts. Also uns Eltern, das sieht man auch bei der Umfrage, ist extrem wichtig die Zukunft der Kinder. Man lebt in einem zweisprachigen Land und diese Zweisprachigkeit wird nicht vollkommen ausgeschöpft. Und da geht es jetzt nicht um Kleinigkeiten, sondern um die Zukunft unserer Kinder. Das liegt uns einfach am Herzen. Und das sieht man auch bei der Befragung, der Umfrage. Man merkt es dann bei den oberen Schülern, das auf 83 Prozent hochsteigt, der Anteil der Eltern, die ein mehr, wie auch immer, an italienischer Sprache wünschen. Da sieht man einfach, sie sind sich bewusst, dass es das braucht. Und dass man das in unserem Land, in einem zweisprachigen Land nicht ausnutzt, in der Form, wie man es eigentlich könnte, finden die Eltern oder ich persönlich schade. Also wir können noch ein praktisches Beispiel sagen. Wir haben jetzt im Kindergarten einer Seidner von Brixen, da organisieren wir seit drei Jahren eine Italienischstunde für die Kindergärtner, privat, nach dem normalen Kindergartenunterricht. Und die gelebte Sprache ist ganz was anderes. Wenn wir dann in den Urlaub gefahren sind mit den Kindern, das war eine Freude, denen zuzuschauen, wie schnell die Kontakte da waren. Und das war jetzt bei anderen, die das eben nicht hatten, die auch mit waren, also Bekannte, hat man gemerkt, das war nicht so. Also es geht auch darum, nicht nur die Sprache an sich, sondern den Zugang zur Sprache. Also einfach die Freude an dem Sprechen. Und das, meiner Meinung nach geht es nur, wenn man früh genug und auch in moderner Form und Art und Weise mit der Sprache anfängt. Sie sagen früh genug. Jetzt, Frau Mogorano, an Ihrer Schule am Sprachengymnasium versucht man ja ein bisschen ein neueres Modell seit 2013, und zwar das CLIL-Modell. Das heißt, bestimmte Fächer werden nicht in deutscher Sprache, sondern in italienischer Sprache oder in der englischen Sprache unterrichtet. In der dritten Klasse war es bei Ihnen der Geschichtsunterricht. Wie ist das denn, wenn der Unterricht in einer anderen Sprache erfolgt? Was sind denn die Vor- und Nachteile? Ich muss sagen, an unserer Klasse wurde der CLIL-Unterricht ein bisschen abgewandelt. Also wir hatten ja Geschichte auf Italienisch, aber eine zusätzliche Stunde zum Geschichteunterricht. Also der Geschichteunterricht wurde nicht gekürzt, gestreicht. Also Geschichte hatten wir auf Deutsch und einfach eine zusätzliche Stunde auf Italienisch. Eben kontinuierlich einmal in der Woche wurde einfach dieser CLIL-Unterricht mit dem Ziel, einen Fachbereich in einer anderen Sprache zu vermitteln. Und in den letzten zwei Jahren hatten wir dann Chemie auf Englisch, aber eben immer nur mit einer zusätzlichen Stunde. Es gibt auch andere Klassen, so experimentelle Klassen in unserer Schule, die machen dann ein halbes Semester wirklich kontinuierlich ein Fach in einer Fremdsprache, also ja, in Englisch oder in Italienisch. Aber bringt es das Ihrer Meinung nach, ist das gut oder sollte das ausgeweitet werden? Wie sollte man da vorgehen? Doch, ich finde, es gibt einfach die Möglichkeit, Fach- und Sprachkompetenzen gleichzeitig zu vermitteln und auch die Terminologie in einer anderen Sprache, damit sie auch zugänglicher wird. Ich meine, dass man auch in Italienisch danach sich auch besser ausdrücken kann und nicht, ja, dass es einfach wirklich zugänglicher wird und lebendiger und das vermittelt einfach. Also Sie sagen, es ist ein gutes Projekt, man sollte das ausweiten vielleicht auch. Es ist auch noch ausbaufähig. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass man auch schon in der Ausbildung der Lehrpersonen Schwerpunkte setzt, um noch mehr Lehrpersonen für dieses Programm zu gewinnen. Und ja, natürlich. Und je früher, desto besser. Ich denke, ein Kind kann sich so gut an das anpassen. Also zwei Sprachen sind überhaupt kein Problem. Ich denke, auch mit drei Sprachen würde das funktionieren. Frau Luhn, Sie haben vorhin schon ein bisschen über den CLIL-Unterricht gesprochen und Sie haben davor schon gewarnt. Was sind denn Ihre Einwände? Es gibt so viele Argumente gegen den CLIL-Unterricht, dass ich gar nicht weiß, wo anfangen. Prinzipiell bin ich absolut gegen Sprachexperimente, wo der Unterricht in der eigenen Muttersprache gekürzt wird. Wir können uns hier nicht mit einer irgendeiner deutschen Region oder mit einem Bundesland vergleichen und zwar deswegen. Und das fehlt mir immer bei dieser Diskussion, weil das Hochdeutsch für uns auch schon eine Fremdsprache ist. Ich beobachte das immer mehr. Die Jugendlichen schreiben sogar ihre SMS oder ihre anderen Nachrichten ausschließlich im Dialekt. Es wird nur im Dialekt gesprochen. Man hat einen Freundeskreis, der ausschließlich aus Dialektsprechern besteht häufig. Und wir müssen einfach dringend die Hochsprache und zwar hauptsächlich im mündlichen Bereich trainieren. Wir haben, wenn ich jetzt die Mittelschule hernehme, seit Jahren eine Stunde weniger Deutsch, weil wir den abgeben mussten zugunsten des Englischunterrichts. Was mir fehlt, ist einfach, dass wir überlegen müssen, wie wir die Sprachdidaktik in den bereits bestehenden Italienischstunden verbessern können. Und hier, muss ich ehrlich sagen, liegt leider in der Oberschule einiges im Argen. Da wird eine sehr veraltete Sprachdidaktik zum Teil angewandt mit sehr viel Frontalunterricht, sehr viel Schriftlichen, weil wir brauchen, wenn ich jetzt zum Beispiel meine eigene Schulkarriere anschaue, ich habe wahrscheinlich in fünf Jahren Oberschule zusammengezählt nicht eine Stunde gesprochen im Unterricht. Also es wurde das Schriftliche überbewertet und das Mündliche wurde nie gefördert. Und wir müssen hier überlegen, wie können wir den Lehrplan ändern. In der Oberschule wird zum Beispiel immer noch sehr viel Literatur auf Italienisch gemacht. Monatelang verwendet man für Dante eine völlig veraltete Sprache und man trainiert nicht zum Beispiel in der italienischen Sprache zu diskutieren. Dasselbe gilt übrigens fürs Deutsche auch. Das ist extrem wichtig. Und wenn ich mir wen auch immer im Fernsehen anhoch, der interviewt wird, die meisten von uns verwenden nicht die Schriftsprache, sondern irgend so ein Standarddeutsch, das ein bisschen höher steht als die Dialektsprache. Aber da sagen halt dann auch die meisten war und hat und so weiter, was heute halt üblich ist. Also Frau Luhn, Sie sagen zunächst sollte mal die deutsche Sprache gepflegt werden. Also wir können gerne über den italienischen Unterricht sprechen, aber es sollte die deutsche Sprache gepflegt werden. Und wenn beim italienischen Unterricht, also ich lege sehr großen Wert auf den und ich will auch, dass meine Schüler und meine eigenen Kinder sehr gut Italienisch lernen, aber die Didaktik, die Methodik und der Inhalt muss verbessert werden. Und die beiden Herren sind hier schon nervös geworden, während sie gesprochen haben. Herr Peas, Sie finden das CLIL-Modell wahrscheinlich ansprechend, vielleicht auch für Ihre Kinder, vielleicht schon im Grundschulalter, dass man damit beginnt. Stimmt das? Vielleicht kurz zwei Sachen. Also einmal in der Umfrage haben auch das Hochdeutsch abgefragt. Zwei Drittel der befragten Eltern waren mit dem Hochdeutsch in Sprache und Schrift absolut zufrieden. Vielleicht um das auch die Aussagen in ein Verhältnis zu setzen. Es ist immer wichtig, dass man weiß, wie das die Eltern eigentlich betrifft, was diese fühlen. Das Zweite, was ich davor gehört habe, man kann Südtirol nicht mit Deutschland oder mit anderen Regionen vergleichen. Südtirol und unsere Kinder müssen sich in Zukunft mit der ganzen Welt vergleichen. Nicht mit Deutschland, nicht mit anderen, sondern die müssen so gut vorbereitet sein auf den Arbeitsmarkt. Deswegen müssen sie die Zweitsprache und auch in Englisch und jede Sprache, die dazukommt, fördert nur die Gehirnflexibilität, fördert, dass ein Kind sich auf neue Sachen einstellen kann. Extrem wichtig und ich finde es so schade, wenn man auf das verzichten würde. Sie, Herr Achammer, finden das CLIL-Projekt 2013, hat es die Landesregierung abgesehen, finden Sie, das Projekt sollte ausgebaut werden oder sagen Sie, Frau Luhn hat recht, da müssen wir wieder einen Schritt zurückgehen? Nein, ich kann CLIL einiges abgewinnen. Ich möchte aber zuerst einiges sagen, was wichtig ist, insgesamt zur Qualität des italienischen Unterrichts, was Frau Luhn angesprochen hat. Zuerst, das ist ein bisschen ein Irrtum, es wird ständig davon gesprochen, wir müssen doch endlich die Rahmenrichtlinien für den italienischen Unterricht abändern. Das ist schon einige Zeit gemacht worden. Es wird jetzt wesentlich, und das ist richtig, da gebe ich Ihnen recht, auf die sprachlich-kommunikative Fähigkeit und Kompetenz gesetzt, auch der Umgang mit Literatur und vor allem wird da auf neue Literatur hingegangen, muss dem untergeordnet sein. Nachdem dies aber erst mit der Oberstufenreform wesentlich in Kraft getreten ist, wird sich das auch in einigen Jahren erst an den Ergebnissen zeigen. Auch am Lehrmaterial wird aktuell noch einmal an der Verbesserung gearbeitet. Also hier wurden Schritte gesetzt. Genauso, und das ist mir auch wichtig zu betonen, ein wichtiger Punkt, es geht um die Lehrpersonen auch in der zweiten Sprache. Hier haben wir sehr stark Initiativen gesetzt, Initiativen gegen den Mangel an Lehrpersonen. Wir wissen, dass Lehrpersonen in der zweiten Sprache laut Autonomi-Institut Muttersprachler sein müssen, also der italienischen Sprachgruppe angehören müssen. Wir haben sehr stark gearbeitet, mehr Lehrpersonen zu haben. Wir haben die Zugangstitel zum Beispiel erweitert. Wir haben auch gearbeitet, dass die Kontinuität stärker hergestellt wird. Ich war vor kurzem im Schulsprengel in Oberfinchgau in Graun, wo mich die Schüler gefragt haben, ja hätten wir doch endlich einmal eine Italienischlehrerin, die mindestens ein Jahr lang bleibt oder mehr als ein Jahr lang bleibt. Also diese Kontinuität, hier müssen wir wesentlich arbeiten, haben aber verschiedene Initiativen gesetzt. Aber was kann man da konkret tun, dass das in Zukunft eben anders ist? Ja, es ist einiges getan worden in der Ausbildung der Lehrpersonen, also mehr Lehrpersonen für den Zweitsprachenunterricht zu qualifizieren. Die Zugangstitel, die für den Zweitsprachenunterricht eben befähigen, zu erweitern. Das haben wir erst vor einigen Monaten an den Beschluss in der Landesregierung gefasst. Also wir sind imstande, das traue ich mich zu sagen, jetzt wirklich von Jahr zu Jahr deutliche Verbesserungen auch bis in die äußerste Peripherie hin zu erlangen. Auch deswegen, weil wir deutlich mehr Lehrpersonen in unbefristete Aufnahme aufnahmen konnten und dadurch auch die Kontinuität stärker herstellen konnten. Wenn es mir erlaubt ist, möchte ich aber auch zum zweiten Punkt noch eines hinzufügen. Ich habe heute dürfen so lange mit Professor Rita Franceschini, mit einer Sprachwissenschaftler in der Universität Brixen arbeitet, diskutieren und die mich auf zwei Punkte ganz wesentlich hingewiesen hat. Erstens, ein umso früher, umso besser gibt es in der Sprachwissenschaft nicht, das ist nicht bewiesen. Das muss ganz klar gesagt werden. Und das Zweite, dass ebenfalls auch neue Forschungen deutlich machen, dass beim Erlernen einer Zweit- und Fremdsprache immer auf das Vorwissen in der Erstsprache Bezug genommen wird. Das heißt, das spricht schon stark, da gebe ich Ihnen recht, für die Festigung der Erstsprache, also für ein schrittweises Sprachlernen, für ein geordnetes unter Anführungszeichen Sprachlernen. Und dann bin ich der Meinung, wenn man etwas öffnen soll, das ist auch deutlich gemacht worden, dann von oben herab. Das heißt, ich kann dem CLIL-Projekt in der vierten und fünften Oberstufe, so wie es jetzt beispielsweise besteht, einiges abgewinnen. Wir sind dabei, auch dies zu evaluieren und werden in Kürze auch die Ergebnisse haben. Wie schaut das aus? Was hat es gebracht? Es schaut so aus, dass es einiges gebracht hat. Und wenn es einiges gebracht hat, dann bin ich auch der Überzeugung, dass man CLIL in der Oberstufe zum Beispiel sehr gut anwenden kann, mit der Voraussetzung, dass auch Lehrpersonen sprachdidaktisch aussachend dafür vorbereitet werden. Also ich bin nur dafür, dass wir nicht so sehr simpel sagen, Menge macht es aus, umso früher, umso besser. Es muss uns in erster Linie um Qualität gehen, im Unterricht selber und dann auch in der Vorbereitung zum Beispiel auf ein CLIL-Projekt, vor allem sprachdidaktische Vorbereitung. Das Letzte, wir arbeiten zum Beispiel auch ganz stark irgendwo an einem Mehrsprachencurriculum. Was heißt überhaupt Mehrsprachigkeit? Wie gehen wir mit Mehrsprachigkeit um? Da geht es nicht da einfach nur hauptsache so viel wie möglich, sondern wie geht man von Sprache zu Sprache aufeinander rein? Wie schließt man oder springt auch oder macht Brücken von einer Sprache zur nächsten? Was heißt Mehrsprachigkeit als Wert überhaupt? Welchen Bezug stellt es zu meiner Muttersprache her? Also wirklich für ein gutes, geordnetes, qualitatives Sprachenlernen. Herr Peer, überzeugt Sie das? Reicht das aus? Oder sagen Sie, das sind schöne Worte, wir müssen aber noch mehr fordern, vielleicht auch, wir brauchen einfach mehr. Also ich denke, die Eltern fordern. Also die Eltern fordern durch die Umfrage eindeutig. Daran ändert sich nichts. Ich denke, das ist ein wichtiger Schritt, was mit dem CLIL-Gesetz gemacht wurde. Nur, die Realität sieht anders aus. Also bei mir in der Grundschule, meine Tochter, war Schulratssitzung, dann wurde mir gesagt, wir bekommen jetzt 15 Stunden CLIL. Wahnsinn, 15 Stunden CLIL die Woche, hätte ich nie gedacht. Die Tochter besucht welche? Ja, damals die erste, jetzt die zweite Grundschule. Okay. Und nein, 15 Stunden pro Semester. Und da sage ich einfach, wenn man also diese Methode anwenden will, also da hat sicher auch recht, dass die Qualität nur stimmen, nur es muss auch mal die Forderung da bestehen, dass was passiert, sonst passiert wahrscheinlich nichts. Ja, Frau Magurano war, ja, Frau Magurano, Herr Green. Zuerst Frau Magurano. Wenn ich ganz kurz zurückgreifen darf, auf den veralterten italienischen Unterricht. Also ich kann jetzt nur für meine Schule sprechen, ich meine, wir sind am Sprachengymnasium. Ja, klar, wir sind am Sprachengymnasium, aber ich merke, vor allem in den letzten Jahren wurden wirklich die Schwerpunkte anders gesetzt. Also bei uns geht es wirklich, wir führen viele Diskussionsrunden, einfach auch die Kommunikation wird gesetzt. Und wie Sie gesagt haben, ja, die Literatur, natürlich, die muss in meiner Meinung aber auch ihren Platz finden. Wir müssen ja auch eine Kultur, die Kultur irgendwie weitergeben. Ich glaube, nach fünf Jahren Oberschule sollte schon jeder ein gewisses Maß an Allgemeinbildung haben. Aber wie Sie gesagt haben, es muss auch Platz für anderes da sein. Und ich denke, auch durch das CLIL-Projekt kann einfach, ja, es wird einfach erweitert, also das Wissen, das Fachwissen und auch die Aussprache, also dass man sich ausdrücken kann zu jedem Thema ein bisschen. Und ich denke nicht, dass da der Deutschunterricht oder auch die die deutsche Sprache, ja, zu kurz kommt. Ja. Nein, bitte, nein. Herr Green, Sie wollten auch noch ein paar Tipps loswerden an den Landesrat? Ja, ja, also ich kann auch nur von meiner Erfahrung reden, aber also ich stimme über eine, es geht auch um die Qualität und in Vincenzinum ist die Qualität der italienischen Stunden eigentlich sehr hoch. Sie sind abwechslungsreich, sie sind interessant, es macht Spaß und die die Schüler bemühen sich für Italienisch und ich glaube, das ist Hauptsache, dass es schon interessant ist. Und dann, also wir Englander, leider sprechen die meisten Englander gar keine Fremdsprache und weil sie denken, ja, Englisch ist die Weltsprache, deswegen bringt es sowieso nicht andere Sprache zu lernen, aber ich glaube, das ist wirklich schade, weil ich kann nur Mehrsprachigkeit als Bereicherung gesehen und ich, ich kann ja noch vollziehen, dass manche warnen vor dem, vor dem Verlust der deutschen Mutzersprache, aber ich glaube, dass, da kann man die Verbindung mit der, mit der Mutzersprache nicht verlieren. Es sollte eigentlich eher als Reichtum gesehen und nicht als, als Bedrohung. Herr Green, Sie sagen auch, im Vincentinum lernt man sehr gerne Italienisch. Jetzt hört man auch von manchen Eltern, von manchen Schülern, dass man, dass viele sehr gern Englisch lernen, aber nicht immer unbedingt Italienisch, weil viele das auch als Zwang empfinden. Stimmt das, Frau Maguano, kennst du selber solche Fälle? Ich glaube, ich muss da jetzt leider schon ein bisschen zustimmen. Also die Fragen, die ich gemacht habe, einfach, weil Englisch gilt als Weltsprache und auch als Sprungbrett für das Ausland. Und natürlich auf das Internet ist die perfekte Spielwiese, um das Englisch zu lernen und auch, ich meine, die Jugendlichen sind, ich meine, die bilden sich dort auch weiter, so viel wie ich mitbekommen habe. Und das Problem ist einfach, ja, der Italienischunterricht wird von vielen noch als Zwang angesehen. Und das hängt einfach von der Einstellung Deutschsprache über Schüler zur italienischen Sprache. Und das wird auch, wie schon gesagt, auch in den ländlichen Gebieten vielleicht mehr als in der Stadt, dass viel zu wenig Kontakt besteht. Also auch, dass wir leben mehr nebeneinander als miteinander. Also ich als Jugendliche, das merke ich, ich bin zweisprachig aufgewachsen, hatte dieses Privileg und habe jetzt Deutsch und italienische Freunde, aber ich sehe, das ist wirklich ein Problem. Also es sind die Deutschen und Italiener und, ich meine, wir haben die Schulen nebeneinander beispielsweise. Und sie wohnen in Bozen? Ja, ich wohne in Bozen. Und das ist wirklich sehr, sehr schwer. Auch in unserer Schule wurden auch in den ersten zwei Jahren wurden auch so Austausche gemacht. Aber auch hier ist es schwer. Also die Schüler gehen nicht auf sich zu. Und das muss man wirklich da, das muss noch... Herr Achhammer, Frau Luhn, was machen wir? Sind da die Eltern gefragt? Oder ist da die Schule gefragt? Zunächst Herr Achhammer? Die Eltern haben eine ganz wesentliche Funktion im Sprachlernen und auch eine ganz wesentliche Verantwortung in der Sprachbegleitung. Das muss gesagt werden. Und ich kann der Einspielung vorher oder absolut zustimmen zu sagen, sehen wir Mehrsprachigkeit als Chance. Ich habe vor kurzem mit einem Unternehmer, der in Bozen seinen Sitz eines international tätigen Unternehmens hat. Und ich habe ihn gefragt, es gäbe ja eigentlich genügend Gründe zu sagen, die Unternehmenssteuer ist in Österreich niedriger. Warum wandern sie nicht mit ihrem Sitz ab? Und er hat ihn wirklich genannt, für ihn ist entscheidend. Der Brückenkopf zwischen dem deutschen und italienischen Wirtschaftsraum, das ist ein unglaubliches Potenzial. Die Begegnung zweier Märkte, das ist einfach auch eine wirtschaftliche Chance für Südtirol. Wir müssen der Realität ins Auge schauen. Ich möchte aber danach, auch für die Zuschauer, wenn es mir erlaubt ist... Aber nur kurz, weil wir müssen dann auch noch Zuschauerfragen einblenden. Ganz kurz über das Klil überhaupt aufklären, weil ich glaube, dass noch nicht alle wissen, was überhaupt heute möglich ist und was Klil überhaupt bedeutet. Dieses Integrated Language Learning heißt, dass ich einen gewissen Anteil eines Unterrichtsfaches in einer zweiten oder einer Fremdsprache absolvieren kann. Heute gibt es zwei Möglichkeiten dazu. Wir haben ein projektbezogenes Klil, das für alle Schulstufen gilt. In allen Schulstufen kann in zwei Unterrichtsfächern bis zu 50 Prozent des Jahresstundenkontingentes in einer zweiten oder Fremdsprache absolviert werden. Der Unterschied zu dem in der Oberschule ist, dass das jeweilige Unterrichtsstoff auch in der Muttersprache noch einmal vermittelt wird. Aber das gibt es für alle Schulstufen in zwei Unterrichtsfächern bis zu 50 Prozent bereits heute. Und das Klil, so wie es auch von den staatlichen Bestimmungen vorgesehen ist, das ist weder eine Südtiroler Erfindung noch eine der italienischen Regierung, sondern das ist auch Realität, ob wir nach Österreich oder Deutschland blicken. Klil ist einfach eine angewandte Methode in der vierten und fünften Oberstufe, in der vierten zu 50 Prozent wiederum. Da ist der Unterschied, dass aber der Klilstoff nicht noch einmal in der Muttersprache nur, sondern in der Klilsprache vermittelt wird und in der fünften noch eine weitere, in einer zweiten Sprache. Das ist nur wichtig, um auch aufzuklären, was ist denn heute überhaupt möglich. Herr Ahmer, jetzt waren wir aber bei der Motivation, damit die Schüler vor allem auch diese Chance der Mehrsprachigkeit erkennen. Hier, glaube ich, müssen wir auch ansetzen und vielleicht am Unterricht etwas ändern. Frau Luhn, was sagen Sie dazu? Das geht ja genau aus einer Studie hervor, die die EURAG gemacht hat. Und zwar wird von dieser intrinsischen Motivation gesprochen. Das heißt, dass man eine Sprache nur lernt und gut lernt, wenn man motiviert ist und das aus Spaß oder aus eigenem Gewinn heraus macht und nicht berechnend, ich brauche das, damit ich einmal in der Arbeitswelt besser bestehen kann und so weiter. Und da muss ich sagen, sind nicht nur die Schulen gefordert, sondern auch die Eltern, was ich vorher schon angesprochen habe. Aber, das möchte ich noch einmal unterstreichen, ich bin gegen jedes Sprachexperiment, wo der muttersprachliche Unterricht beeinträchtigt wird, weil da der Sprachunterricht immer über den Fachunterricht gestellt wird. Und das finde ich bedenklich. Bei dieser Lösung, wo die Stunden angehängt werden, dann geht das für mich gut. Und deswegen sollten die Schulen vielleicht viel mehr Wahlfächer anbieten, die Deutschen vielleicht Italienisch oder auch andere Fächer und umgekehrt, weil mir fehlt da auch die Differenzierung. Weil Schüler, als ich zum Beispiel die Oberschule besucht habe, waren elf Schüler in meiner Klasse zweisprachig, von der Familie aus. Die haben andere Voraussetzungen. Und hier muss differenziert werden. Also Schüler, die perfekt schon Italienisch können, die haben andere Voraussetzungen wie die deutschen Schüler. Und ein deutscher Schüler, das habe ich auch schon erwähnt, der nicht gut in Mathematik oder in einem anderen Fach ist, der ist extrem benachteiligt. Jetzt hat der aber eigentlich den Artikel 19 vom Autonomiestatut im Rücken, der ist benachteiligt. Der könnte eigentlich sagen, Moment, ich habe das Recht, dieses Fach in der deutschen Muttersprache zu hören. Und ich glaube, dass das rechtlich, ehrlich gesagt, Herr Achammer, nicht ganz in Ordnung ist. So, jetzt müssen wir aber noch kurz die Eltern fragen. Herr Peer, wir haben gehört, die Eltern sind verantwortlich, aber eben auch die Schule. Wie sehe denn Ihre perfekte Lösung aus, um dieses, sagen wir so, Zweitsprachendilemma zu lösen? Also jetzt vielleicht einmal als Elternteil, also nicht als Vertreter des LPs, sondern als Elternteil. Also meine Kinder wachsen zweisprachig auf Spanisch und Deutsch und haben jetzt so früh wie möglich mit Italienisch angefangen. Und ich kann nur Positives darüber berichten. Vor allem das Anfängliche, wenn man früh genug das lernt, also aus der persönlichen Erfahrung heraus, schafft die Brücke, dass man es gleich mal anwendet, dass man Spaß und Motivation dazu findet, das auch so zu machen. Ich denke, wenn man zu spät mit der Sprache anfängt, dann geht das wieder hinein, zusammen mit der Motivation. Also meine Tochter am Strand mit der italienischen Freundin spielen, war mir das Herz aufgegangen. Ich habe gesagt, so, also wenn das für alle so ginge, dann wäre das für das Land Südtirol und für unsere Kinder und für die Zukunft ein sehr, sehr großer Gewinn. So, die Zeit läuft. Wir müssen ganz kurz zu den Zuschauerfragen schalten. Siegfried, gibt es schon Stimmungen, gibt es Kommentare, gibt es Meinungen? Ja, es gibt sehr viele Kommentare, also ein Thema, das sehr viele Menschen bewegt und interessiert. Andreas Baumgartner schreibt uns, ich habe in der Oberschule im italienischen Unterricht nur Literatur gelernt, kein Sprachenlernen mehr. Das hat mich demotiviert. Stefanie Mulser schreibt, es macht keinen Sinn, wenn man die Wiener Komedia auswendig nacherzählen kann, aber nicht einmal ein belegtes Brot auf Italienisch bestellen kann. Wolfgang Juth als Lehrer der Oberschule schreibt, er bin ich der Meinung, dass die Stundenzahl, wohl Italienisch, auf keinen Fall erhöht werden darf. CLIL bietet hier eine echte Alternative, wenn es nicht bei bloßem Übersetzungsunterricht bleibt. Und das ist eben eine große Arbeit, die auf die Lehrpersonen zukommt, wenn sie es richtig machen wollen. Es haben uns auch Ladiner, sogar einige Ladiner geschrieben, fällt auf, beteiligen sich und ich rege daran. Paolo Prinot zum Beispiel, der schreibt, Ladiner sind meist dreisprachig und sie, er meint uns, diskutieren hier noch über die Zweisprachigkeit. Oder Paul Demetz, der schreibt, um die verschiedenen Sprachen zu lernen, glaube ich, wäre das paritätische System das Beste. Dieses paritätische System spielt auch in der nächsten Wortmeldung eine Rolle mit einer Frage, die ich an die Frau Luhn richte. Martina Malsiner schreibt da, die Ladiner in Südtirol bewältigen seit jeher die Pflichtschule zur Hälfte auf Italienisch und zur Hälfte auf Deutsch und der Unterricht der eigentlichen Muttersprache des Ladinischen, der wird in zwei Wochenstunden bewältigt. Wieso sollten sich die restlichen Südtiroler also davor fürchten, wenn mehr Italienisch bzw. Deutsch in den Schulen unterrichtet wird, Frau Luhn? Ich habe eingangs schon einmal einen Teil dieser Frage beantwortet. Und zwar, weil bei uns einfach dieser große Unterschied besteht zwischen Dialekt und Schriftsprache. Die Ladiner sprechen eher Ladinisch, eh schon jedes ist anders in jedem Tal. Und bei uns ist es so, dass wir uns fast schämen, wenn wir in Deutschland sind oder in Österreich sind, wenn wir Hochdeutsch sprechen müssen. Und das finde ich sehr bedenklich. Dieses Paritätische, das haben wir ja bei der Universität auch eigentlich gesehen, das ist als Bereicherung gezeigt worden. Prinzipiell, also nicht, dass ich falsch verständen werde, finde ich, ist die Mehrsprachigkeit eine Bereicherung. Nur, wenn ich mir jetzt die Universität anschaue und da möchte ich etwas sagen, was bei der ... Ja, ganz kurz. Bei der Eröffnung des heurigen Studienjahres haben sich drei Studentenvertreter zu Wort gemeldet, unter anderem Barbara Pironi und die haben etwas angeklagt, was mir zu denken gegeben hat. Vor einigen Jahren waren 60 Prozent des Angebots der Vorlesung und dann auch der Prüfungen in Englisch, 20 Prozent auf Italienisch und 20 Prozent auf Deutsch. Wie ist die jetzige Studiensituation? Immer noch 60 Prozent Englisch, 30 Prozent Italienisch und nur mehr 10 Prozent Deutsch. Und das ist etwas ganz Typisches für diese Sprachprojekte. Letztendlich zahlt die deutsche Sprache drauf. Wir haben nur mehr 10 Prozent der Vorlist, beziehungsweise Prüfungen, Wirtschaftsfakultäte dazu zu sagen. Nur mehr 10 Prozent auf Deutsch. In einer Südtiroler Uni. Nächste Frage, bitte. Eine Frage, ja, Simon Beintner, dem Bild nachzuurteilen, ein Jugendlicher, wahrscheinlich ein Oberschüler, der schreibt, ich habe auch Erfahrung mit dem CLIL-Modell und er meint, es ist vor allem von der Lehrperson abhängig, wie gut die das eben macht. Und die Frage dazu, glaube ich, muss man nicht unbedingt beantworten, könnte man nicht die Fremdsprachen viel spielerischer entdecken mit Filmen oder Spielen? Herr Green, was sagen Sie dazu? Ihnen brennt schon länger was unter den Nägeln. Ja, ja. Sie möchten was los hören. Ich glaube, ja, also Grammatik ist schon wichtig, aber auch Spiele und andere Sachen in Bezug auf die Stunden. Also ich möchte auch was zum Ladinisch sagen. Es ist schon gut, dass wir nicht nur um Zweisprachigkeit reden, sondern um Dreisprachigkeit, Mehrsprachigkeit, weil ich habe ja selbst einen Ladinisch für Anfängerkurs gemacht. Das heißt nicht, dass ich gut Ladinisch spreche, aber trotzdem habe ich es sehr nützlich gefunden, dass ich die Gelegenheit hatte, noch ein bisschen über die Kultur von Südtirol zu lernen. Und ich glaube, ich stimme mit dem Herr Pär überein, dass je früher man mit einer Fremdsprache anfängt, desto besser. Dann wird es überhaupt nicht als Zwang erlebt, sondern als Spaß. Und die Kinder sehen einander nicht als deutschsprachig, italienischsprachig oder ladinischsprachig, sondern eigentlich als Kinder. Und ich glaube, es ist eigentlich sehr wichtig, diese positive Einstellung so früh wie möglich zu ermöglichen. Warum machen wir da nicht den Schritt hin zu zweisprachigen Schulen? Ich weiß, okay, Artikel 19, Herr Pär, würde das, würde eine zweisprachige Schule Sie überzeugen als Wahlmodell, also nicht die deutschen und die dänischen Schulen abschaffen, sondern als Wahlmodell für Eltern und Schüler, die einfach so etwas gerne besuchen möchten? Also man kann jetzt vielleicht wieder eine Zahl dazu nehmen, wenn man jetzt Bozen als Bezirk nimmt und dann statt über 15.000 Einwohner, also so haben wir das abgefragt in unserer Umfrage, dann waren in dem Bereich 30 Prozent der Eltern für eine mehrsprachige Schule. Insofern jetzt rein von den Zahlen gesehen, wäre es doch etwas, was möglich wäre. Also es gäbe das Interesse der Eltern zumindest, jetzt inwiefern das realistisch ist oder nicht. Für mich persönlich wäre es jetzt sicher ein Gewinn, wenn ich meine Tochter, ich rede jetzt von mir, wenn ich meine Tochter oder meinen Sohn an eine mehrsprachige Schule schicken könnte, wäre es sehr, sehr angenehm. Frau Luhn und Herr Achammer, Sie haben beide schon aufgezeigt. Sie wahrscheinlich sind dagegen, Sie wahrscheinlich auch. Ich möchte nur ein Beispiel aus der Geschichte nennen. Ich bin ja Historikerin und ich versuche immer auch aus der Geschichte Konsequenzen zu ziehen. Wir haben in Europa Beispiele zu Hauf, wo es das schon gegeben hat. Und wenn wir jetzt das Ostertal hernehmen, die haben auch seit 1948 ein Autonomiestatut. Und da steht im Artikel 39 drin, da ist nicht wie bei uns im Artikel 19 der buntersprachliche Unterricht garantiert, sondern genau das, was hier angesprochen ist. Zweisprachige Schule, 50 Prozent und 50 Prozent. Das nun ist jetzt eine Weile her. Die Folge ist, dass dermaßen der Anteil der Französischsprachen zurückgegangen ist, dass heute sage und schreibe zwei Prozent nur mehr Französisch als Muttersprache eingeben. Die haben begonnen mit einer zweisprachigen Schule. Und das ist, ich weiß schon, ich werde da immer belächelt, weil ich Angst habe, dass das Deutsche irgendwie benachteiligt wird und so weiter. Aber so eine Sprache geht, wie uns Geschichte lehrt, in zwei Generationen unter. Schreckt Sie das auch ab, Herr Achammer? Ich bin deshalb nicht überzeugt davon, wie ich vorher schon ausgeführt habe, weil es zum einen immer von der Quantität ausgeht. Hauptsache, wir haben mehr, dann ist es gut. Das ist ein Druckschluss zum Ersten. Und zum Zweiten ist es wichtig, die Festigung in der Erstsprache, so wie vorher auch sprachwissenschaftlich durchaus bewiesen, dass das wesentlich ist. Mir ist nur eines wichtig zu sagen, es ist genau das, was Herr Green gesagt hat, nämlich den Nutzen in der zweiten Sprache, in der Fremdsprache zu erkennen, die Neugier dafür zu haben, sie anzuwenden, auch in der Begegnung. Und da haben wir viel noch zu tun. Und mir ist eines auch mal wichtig zu unterstreichen. Ich glaube, wir wissen zum Teil gar nicht, wie wertvolle Projekte es heute in verschiedenen Schulen schon gibt. Ob im Schüleraustausch, im Lehreraustausch, haben wir der Tagesschau, wie vor Bozen gehört, es gibt ein Projekt in Alexander-Langer-Schule in Bozen, wo ein Austausch, vor allem weil in der gleichen Schulstruktur, im Wahlpflichtbereich stattfindet, ein hermeneutischer Ansatz. Wir haben in der Grundschule Bachlechner im Grunde keinen wunderbaren Sprachenzug, wo man versucht, Deutsch, Italienisch und Englisch in vier Wochenstunden anzuwenden. Also es gibt so viel, was auch in der Autonomie der Schule passiert. Darin sollten wir Schule wirklich stärken, weil das bringt den wirklichen Fortschritt, aber nicht nur einfach ein Springen nach vorne, sondern ein gutes Vorbereiten, ein qualitativ gutes Vorbereiten, das liegt mir am Herzen, weil nur so kann auch Mehrsprachigkeit wachsen. Frau Magurano? Ganz kurz. Ja, zweisprachige Schulen, ja, nein? Also ganz ehrlich, ich würde sofort gehen. Und ich bin ja auch zweisprachig aufgewachsen, also würde ich sagen, okay, ich habe schon meine Basis, ich bin schon da, aber ich würde, also ich werde wirklich für eine zweisprachige Schule. Und ich muss auch zustimmen, ja, die deutsche Hochsprache muss gepflegt werden und die darf auch nicht zu kurz kommen. Aber ich glaube, wir müssen wirklich ein bisschen auch nach vorne schauen und auch ein bisschen Mut fassen für diese neuen Ideen. Und ich denke, ja. Sie sagen also, über den Schatten springen, wir sollten einfach etwas Neues probieren. Doch, wir haben einfach die Möglichkeit, wie wir schon gesagt haben. Wir sind ein zweisprachiges Land und wir sollen uns da hemmen und zurücknehmen. Und weil ja, man kann auch in Südtirol mit nur einer Sprache gut vorankommen. Und ich meine, man hat ja das Recht, das ist ja auch unser Privileg, in unserer Muttersprache, in den öffentlichen Ämtern sich zu unterhalten und auch dies dann anzufordern. Aber ich denke, wieso, wenn wir schon hier leben, die Möglichkeit haben und auch so vom Ausland teilweise auch so angesehen werden und ja, okay, ist jetzt zweisprachig super, aber wieso wir uns da jetzt selber eben zurücknehmen sollen und nicht noch mehr das vertiefen. Herr Green? Ja, wenn ich etwas Kürzes von einem englischen Standpunkt sagen kann, dann. Gerne. Viele meiner Freunde in England finden es schon erstaunlich, dass die Südtiroler zweisprachig oder sogar dreisprachig sind. Und das, ich glaube, das ist so eine Gelegenheit, die die Südtiroler so weit wie möglich ausnutzen sollten. Und dann, nur weil man also zweisprachig, dreisprachig ist, das heißt nicht, dass man die Identität verliert oder sowas. Ich glaube, das ist nur also, weil ich spreche ganz viel Deutsch in Südtirol, aber ich habe nicht Englisch vergessen oder so, aber ich glaube, das kann nur als etwas sehr positiv sein. Und ja, ich finde das schon sehr... Wie viel sprechen Sie eigentlich auch Italienisch in Brixen? Ja, also das ist schon eine andere Frage. Also in der Schule nicht so viel. Also ich bin ab und zu in der italienischen Stunde und ich kann mit den Lehrern auch auf Italien sprechen. Aber außerhalb der Schüler habe ich schon ein paar mehr Gelegenheiten auch versucht, um Italienisch zu sprechen. Und ich glaube, das ist schon wichtig zu wissen, dass man... Es ist immer möglich, hier zweisprachig zu sprechen. Und in England ist das überhaupt nicht der Fall. Deswegen sollten wir das weiter betonen, das für die Kinder auch, sondern wir ermünden sie so, es als eine Bereicherung, eine große Bereicherung zu sehen und nicht als Bedrohung der Identität. Aber ich glaube, wenn ich da einhacken darf, weil es wird vielleicht uns Schützen vorgeworfen oder so, dass wir das gleich als Bedrohung sehen, dem ist absolut nicht so. Wir möchten einfach nur, dass wir auch die Muttersprache als Hochsprache gut beherrschen. Was hier noch dazu zu erwähnen ist dieser Kontakt. Wir haben sogar beim Schützenbund ein eigenes Projekt für Schüleraustausch laufen. Und zwar arbeiten wir ja eng mit dem Welch-Tiroler-Schützenbund im Trentino zusammen. Also Kinder oder Jugendliche von dort können im Sommer einige Zeit bei einer Familie in Südtirol oder in Nordtirol oder in Osttirol verbringen und umgekehrt. Frau Lust, haben wir noch ein bisschen Werbung gemacht für den Sprachaufenthalt des Schützenbundes. Den Eltern, also ich möchte Ihnen als Vater das Schlusswort geben, denn von den Eltern geht ja auch diese Forderung aus nach einem verbesserten italienischen Unterricht. Welches Fazit ziehen wir denn jetzt aus dieser Diskussion? Vielleicht auch welches Fazit ziehen Sie daraus, um dann eine ganz konkrete Forderung zu formulieren? Vielleicht auch dann im Namen vieler Eltern? Also die Forderung wird jetzt konkret sicherlich nicht kommen, weil man es erst aufarbeiten muss. Aber die Eltern an sich ganz klar Zukunft der Kinder, Zweisprachigkeit nutzen. Haben wir ja gehört, dass es einfach ein extremer Vorteil ist für die Zukunft unserer Kinder. Und ich bin aber zuversichtlich, dass das auch besser funktionieren, besser klappen wird, dass nicht nur die Gesetze da sind, sondern dass die Schule auch diese wirklich umsetzt. Das ist ja auch ein zweiter Punkt. Es kann ein Gesetz geben. Aber vielleicht kommt es in den Schulen dann nicht so wie ursprünglich angedacht an. Also Zukunft, Mehrsprachigkeit sind für alle von uns und für unsere Kinder absolut von Vorteil. Also Sie sind optimistisch, dass sich da was bewegt, dass sich da was tut. Die Vernunft siegt. Herr Achammer, Sie haben jetzt ein bisschen Druck bekommen. Nein, ich bin absolut. Ich wünsche mir, dass ein ungezwungener, unverkrampfter und entideologisierter Zugang zu Mehrsprachigkeit stattfindet, damit wir Mehrsprachigkeit, und das sollen wir bewusst aussprechen, endlich als Reichtum wahrnehmen können und Begegnung als Reichtum wahrnehmen. Dann tut sich ganz, ganz viel. Und in dem Sinne kann ich den Forderungen der Eltern nur zustimmen. So und die Zeit ist leider um. Es war eine sehr hitzige Diskussion, eine sehr spannende Diskussion. Ich glaube, viele zu Hause werden auch darüber noch weiter diskutieren. Wir werden es vielleicht hier auch noch ein wenig tun. Wie gesagt, die Diskussion dauert an. Ich hoffe, es gibt dann konkrete Lösungen auch und ich wünsche allen gutes Gelingen bei der Ausarbeitung dieser Lösungen. Den Schulverantwortlichen, den Eltern, vor allem aber auch dann den Schülern, die letztendlich dann von diesem italienischen Unterricht profitieren sollen. Vielen Dank auch Ihnen zu Hause, liebe Zuschauer, fürs Mitmachen, fürs Mitdiskutieren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Abonne Aus.